Yo, yo, yo Leute, was geht ab? Euer Harz weiter hier wieder am Start. Heute geht es mal richtig ins Gelände. Ich bin heute unterwegs mit 98 Rides, da sehen wir ihn. Ich hoffe, die Kameraeinstellung passt so einigermaßen, weil das ist erstmal alles so notbedürftig gemacht worden. Das ist doch so ungewohnt zu stehen und gleichzeitig zu fahren mit der Kupplung und das alles. Das ist alles ungewohnt halt für mich. Ja, was habe ich da zu sagen? Ich bin froh, dass ich endlich mal eine Ausflussung alles habe, aber die Schuhe muss ich noch einlatschen. Das ist so ungewohnt damit zu fahren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, Alter geht das auf die Arme. Schwieriger als ich dachte. Geht ich da einfach eine Gräpe rum? Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Das kann man noch besser, oder Leute? Ja, nice! Jawoll, das ging ja super! Oh ja, das ist ein Ronda. Junge, das war's, wo denn hier? Ja, ja, ja. Scheiße, ich bin fast gefahren. Hacke. Man muss sie rausheben, aber warte hier. Ich habe eigentlich gedacht, wir fahren da hoch. Ich habe überhaupt nicht lautet. Ich bin fast gefahren. Ich bin fast gefahren. So, das ist für mich zum Anfang perfekt. Saft so ein paar Bügel, wo ich erstmal ein bisschen üben kann. Wie fühlt sich die Karre überhaupt an in der Schlagung? Das sind so Sachen, die ich noch nicht kenne. Ich werde jetzt... Hey, hey, hey! Das sind so Sachen, die ich erstmal lernen muss. Wie verhält sich diese Karre in dieser Situation? So, Leute, wir fahren jetzt noch ein bisschen rum. Das war mein erster Vlog. Ja, man sieht, ich muss noch viel lernen. Ich bin wirklich noch ein purer tausendfacher Anfänger. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wenn ihr mir irgendwo Tipps geben könnt, gebt mir auf jeden Fall ein paar Tipps. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!